wenn ich das drehen da habe ich eine 2 ok gleich mal merken aha kann ich hier mit dem Schlüssel irgendwas tun das Loch ist nicht groß genug kann ich es rausziehen was denn hier wird ok aha ok ist auf jeden Fall sehr spannend was ist das hier oh oh ok ich bin etwas verwirrt nochmal ein Schlüsselloch ok ist da rein ok da geht es fast rein oh oh ich verstehe der nächste Schlüssel super so der passt doch bestimmt da rein oder ein Stern passt der da rein da hin passt er nicht da auch nicht ok ok was ist denn hier dachte ich mir dass es da nicht drauf passt oh da liegt noch was habe ich gar nicht gesehen äh die abdrücke das gibt es schnell gemacht was ist das hier wahrscheinlich das gleiche Symbol unzählige Kulturen überall auf dem Globus würde behauptet sein natürlich der aberglaube ok ok so haben wir sonst noch was halt halt wieder wieder hin wir haben eine 5 ich sag mal oben links und eine 2 unten rechts ich sag mal oben links und eine 2 unten rechts aber wo soll mir das helfen hat sich sonst das verändert ich sehe sonst nichts nicht ehrlich bin so hier war sonst nichts mehr drin ne nein ah hier gibt es noch was hier sind kleinere Löcher die Frage ist ob das wichtig ist aber dann kann ich noch gar nicht drehen das ließ ich ja auch nicht mehr drehen geht hier oben noch was auch nicht ja wo kommt denn der Stern hin ach der Stern der Stern ja natürlich so hier merke dir dieses Datum ok das ist vielleicht wichtig 21 ich sollt mich aufschreiben Moment ähm ich bin ein bisschen pragmatisch ich schnapp mir kurz ein Editor Dokument so an den Rand äh was haben wir da den 21 Juni dann noch was dazu sonst nichts ok so alles bei dieser Dame ist wichtig äh wichtig zu sagen mit der Geschichte ich habe es vollbracht ein Mensch dieses Weckter von Nöten der Katalysator war mein eigenes Dasein von meinem Studium ermüdet betrat ich die Kammer ohne zuvor den Mechanismus abzuschalten als ich das Bewusstsein niederlangte war es geschafft das Nullelement ist überwältigend es ist weder Energie noch Materie ich bin bei seiner Untersuchung schon weit gekommen insbesondere bei seiner Erbrechung des Lichts heute Abend öffne ich den Wein okay das ist das was wir brauchen für den okay dem fehlt eine Waffe und hier ist aber irgendwas komisches das weiß ich noch nicht ist aber nicht schlimm und deshalb brauchen wir das hier ah Mist okay also eins zwei drei vier okay falsch eins zwei drei vier fünf sechs es geht über trial and error das weniger aber wir erinnern uns wir hatten doch gerade noch die zwei und die fünf das weiß natürlich nicht wer hier wohin gehört aber ich setze mal auf die zwei und auf die fünf okay das war schon richtig ein Schlüssel und der Schlüssel gehört hier vorne hin da verwende ich doch was drauf so passt ja schließlich okay kein problem also gut okay symmetrisch ah ich verstehe ich jetzt drehen halt stopp stopp kann ich das bild drehen ja das kann ich drehen so das ist doch einfach so das gehört so und das gehört so so okay easy peasy kreisförmige platte aha wo gehörten die jetzt wieder hin die können fast nur hier rein gehören oder aha so Nummer zwei geschafft schick nur noch ein Siegel und irgendwas ist oben mit dem Ritter noch das dürfen wir nicht vergessen so was haben wir denn hier geht es automatisch wieder weg? ja es geht automatisch wieder weg irgendwas fehlt no shit Sherlock so was haben wir denn hier? ups und was haben wir hier? alles gehört alles zusammen ja Kompass eine Uhrzeit ach je oh shit da ist eine Schublade echt die öffnen? nicht ohne weiteres ich muss diese Dinge erst an die richtige Stelle bringen ja okay so war das gerade was haben wir denn hier noch? wir haben hier einmal das da und ich werde die Schrauben lösen müssen und ich fasse drauf wetten so ich bringe es mal wieder rüber okay jetzt heißt es kenne ich mir erst das hier oben nehmen ah ich verstehe ich kann jetzt nur drehen okay 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 wait 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 so das ist das ist das viereck das passt so wie es jetzt ist äh was war es hier da war es das da das ist das da das muss einfach links gedreht werden und zwar dahin ich brauche noch viele Zahnrädchen das hier ist wo sie eins nach so muss das stehen und das letzte ist das das hier das kann ich ja gar nicht drehen wo ist denn das letzte? ich brauche dazu ein Schraubenzieher? ja wo kriege ich den her? kann ich hier irgendwas tun? irgendwas fehlt ja das ist schon klar aber ich muss es halt das hier muss ich halt noch drehen das ist schon fast okay aber halt nur fast ja wo ist denn das letzte? uh war das schon die ganze Zeit da? hm fancy aber sonst habe ich ja nichts okay das heißt ich muss das eigentlich nur noch finden die Frage ist ob ich das ohne weiteres tue ich spickel nochmal hier durch so da oben könnte es theoretisch neue Informationen geben tut es aber nicht das da ist ja schon die richtige Position ja wo ist denn das Dreieck? okay das ist das Dreieck oh come on ich muss nach oben schieben wo ist immer denn so leicht ein Gummiband und ein großes Zahnrad so das große Zahnrad muss dahin und das Gummiband nicht dann muss das Gummiband vielleicht hier vorne irgendwo hin ich wüsste aber nicht wo nee das Gummiband ist falsch so bringt es das mittlerweile wahrscheinlich immer nur durch ne? so pass auf ich kann es mal hier rüber drehen aha so ein kleiner Schraubendreher ich sag doch wir brauchen einen so und jetzt kann ich das hier mal wieder rüber stellen kann ich das hier mitnehmen? natürlich nicht so jetzt kann man das hier durch aufmachen so rum natürlich muss natürlich raus schrauben ist ja klar so 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 und die letzte ok oh gönn ist der Schlüssel hin ich hab doch wohl irgendwo so kompliziertes Schlüsselloch gesehen das war doch hier ok wait also nach oben und dann muss es ok das zeigt sich hier nach oben und dann muss das hier dahin und dann muss das hier dahin so das müsste es passen die falsche Form ach so ja du musst das da darüber das da und das da darüber ja gut ok meinetwegen so ein großes das ne wasser ein mittelgroßes Zahnrad dann muss das dahin ups hab ich nicht gelesen was da stand scheiße so und das nächste Zahnrad muss dann muss dann da hin aber es reicht noch nicht wir brauchen noch irgendwas aber guck mal es tut es bewegt sich ja schon ein Teil es reicht eigentlich so nicht aus wo könnte ich denn ein Zahnrad ah pass auf kann ich die zwei nein kann ich nicht achso ich kann es wieder mitnehmen achso wend mal da kann ich doch kann ich doch ein kleines mitnehmen nein das da das da geht nicht das da geht nicht ja das da geht auch nicht ok noch ein großes Zahnrad ok ich hätte noch irgendwo ein großes Zahnrad ok ich hätte noch irgendwo ein großes Zahnrad oder sonst kann ich nichts mehr mitnehmen ok kann ich da irgendwas losschrauben auch nicht also ich würde sagen das muss da hin würde ich jetzt behaupten so dem GubiBad kann ich sonst auch nichts anfangen und das würde ich da einsetzen Opsa und jetzt kein ach jetzt geht's achso jetzt natürlich also doch so ist richtig das da wenn ich das da dran setzen sehr schön aha das sehe ich mir doch gleich mal eine lange Stahlröhre ist das einfach nur das nächste Rätsel auf es ist es hilft weniger als es ich beschärfe mich gar nicht Stahlröhre brauchst du? nein aber du hast doch keine Waffe ist egal mit denen ist auch noch irgendwas zu tun garantiert achso kommt jetzt einfach da rein nein ok es kommt nicht einfach da rein ok es kommt nicht einfach da rein wenn ich es auch nirgends brauchen hier bringt es mir ja auch nichts ne ne schalte sie nicht zu bewegen schalte sie nicht zu bewegen ja ich gebe zu ich klicke gerade ein bisschen wild rum aber ich habe gar keinen Anlaufpunkt mehr oder? was ist das fehlt denn noch? was muss ich noch tun? was ist das fehlt denn noch? was muss ich noch tun? das hast du? auch nicht ich würde sagen es drehen soll aber es geht ja nicht kann ich sie noch mitnehmen? natürlich nicht kann ich sie noch mitnehmen? geht auch nicht ähm ähm ja nun damit hat es auch nichts zu tun ich würde ja sagen wir müssen irgendwie hier dran bleiben aber ist schwer zu sagen was kann ich die zwei sachen kombinieren ich würde überhaupt was tun ich kann damit was tun natürlich eine Art Schlüssel oh Gott das ist ja mini ist es da rein? ne äh was hatte ich noch? ah das hatte ich noch so dazu gehört das